Perfekt. Der hat mich richtig erschreckt. Meine Güte, das Spiel möchte aber auch, dass ich einmal durch die ganze Map laufe. Da steht einer. Oh hier, Close vor mir auch. Und da hinten war noch einer. Da. Ah Mist. Der muss sich erstmal heilen. Sorry. Wo kommt der hinter mir raus? Also den oben. Ach guck mal an. Ne weiter links. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Irgendwo. Hä? Er muss genau da sein vom Sound her. Bin ich blind? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich muss den hinter mir im Blick haben. Auf mich natürlich. Ich weiß nicht wo ich hin will. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Sag mal, was hält der aus? Ich kann mit der Mini halt auch nicht so richtig, deswegen also nicht so meine favorisierte Waffe, aber er will, er will sich auch verstecken, ne? Na bitte, geht doch. Der hält da an. Gummring unter die Tastatur. Wow! Heiliger! Alter! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Musst mich doch nicht so erschrecken. Kannste auch einfach nur sagen, hey hier bin ich, bitte kill mich. Jetzt haben wir noch den Boy, der da mit seinem Auto angehalten hat, oder nicht? Ja. Den gibt's auch noch. Da schießt er, gesilenced, da hinten irgendwo. Da ist er. Leute, das ist mein Compound. Ich hätte gerne noch ein längeres, äh, größeres Magazin für die Vector. Irgendwie werde ich klarkommen. Da hat jemand sein Auto aufs Dach gelegt. Nice! Ha ha ha! Steckt der da aus? Vielleicht an dem Felsen dort, hm? Ne, sieht nicht so aus. Oh! Autsch! Random irgendwie ein bisschen dahin ballern. So, wie mach ich's? Geh ich an die Küste? Ich glaub ich geh an die Küste. Ist hier schon jemand? Hallo? Wo versteckt ihr euch? Ihr Kleinen? Okay, alles klar. Ich... Nehm mal genau diesen Ort hier. Das sieht wunderschön aus. Mist, schade. Oh! Ah, zu viel! Ich wollte zu viel! Mist! Schon wieder die Map. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall Company, wie man so schön auf Englisch sagt. Hier sind doch Leute runtergekommen. Da hinten jetzt? Okay. Aber hier vor mir müssten doch zwei Leute sein. Hallo? Hallo? Könnten die Herren sich bitte zu erkennen geben? Ah! Ah! Wo ist er? Ah, er läuft links weg. Jo! Okay! Ready to fight? Komplett ready! Mehr brauche ich nicht. Let's go! So! Jetzt wäre es cool, wenn die da drüben nochmal schießen. Ah ja, guck mal. Wir haben rechts außen einen. Die UMP. Die ist ganz schön übel, wenn man der zu nahe kommt. Das ist nur... Holy shit! Oh! Da war ich ein bisschen lucky. Aber das war der UMP-Kumpel. Mei oh mei. Ist schon wieder erschreckt worden, ne? Gut, ähm. Ich will nicht länger hier drin sein. In diesem Compound. Ah! Schüsse. In die Richtung. Uh, okay. Die Zone ist okay für mich. Wann waren die... Wann das gesilencede Schüsse? Das heißt... Schall gedämpft. Entweder hier oder da irgendwo. Aber viel weiter weg... Können die nicht gewesen sein. Dass da einer... Mit nem Schalldämpfer... Da ist er doch. Guck mal an. Rumgeschossen hat. Ähm. Hallo? Willst du dich nicht bewegen? Okay. Von mir aus... So. Ich glaube ich schwimm. Die Tür hier... Okay. Die Tür ist normalerweise zu. Also Türen sind immer normalerweise zu. Und die ist offen. Das heißt... Entweder ist hier noch einer. In einem dieser Häuser. In einem dieser Häuser. Oder... Er ist nicht mehr da und... Irgendwo anders. Aber auf jeden Fall ist meine Aufmerksamkeit erhöht. Ich habe keine One-Hit-Sniper. Deswegen... Will ich den jetzt nicht versuchen zu... Erwischen. Überall wird's. Der Hund. Überall wird gesnipet. Wollte ich sagen. Mist. Sag mal... Lol. Keine Treffer. Okay. Das ist jetzt saublöd. Ich muss mich erstmal ein bisschen heilen. irgendwas machen. Ah, den hat's erwischt da hinten. Sehr gut. Wir haben halt da oben. Da sitzen jetzt welche mit Dreiergier. Dann haben wir den, der mich von hier sehen kann, wenn ich mich hinter der Hütte verstecke, was nicht so geil ist. Da hab ich gerade hart verkackt. Zumindest hat der eine mir gerade ein Auto gebracht. Ich wollte das nur ein bisschen in die Zone reinfahren, die Karre. Softcover. Oh weh. Das wird jetzt wild. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Alles easy. Ich muss nach oben. Das ist scheiße. Jetzt voll auf Schlangen aufpassen. Ich will ja nicht auf eine drauf treten, ne? Habe ich doch richtig gesehen. Der hatte keinen Helm mehr, der Kumpel. Nice. Gut für mich. Drei andere noch. Ich kann mir so sehr vorstellen, dass da irgendwo einer drin sitzt, ne? In dem Scheiß. Jetzt ist die Frage, ob die Kante hier noch drin ist. Ob da unterhalb jemand sein kann. Drei andere. Alter. Oh, da kann, glaube ich, jemand unterhalb sein, ne? Naja. Oh, come on. Irgendwo da liegt doch bestimmt einer drin. Kannst du mir nicht erzählen, dass da keiner drin liegt. Wo sind die? Die liegen alle irgendwo rum jetzt, oder was? Zwei andere noch. Ich gebe mir jetzt halt den Dropsnacken. Mein 3er Gier, warum nicht? Kann doch nicht wahr sein. Ach, fuck. Er ist an der Zone gestorben. Du glaubst es ja nicht. Nein. Falsche Taste, Mann. Ich will mich hinlegen, verdammt. So. Danke. Also, der liegt doch 100% da drüben irgendwo drin, oder nicht? Wo soll er denn sonst sein? Das da? Ne. Nee. Da, in der Richtung. Nice. Ach, Mann, ey. Was gammeln die da in der Wiese rum und campen sich einen ab? Uh. Ach, super. Ach. Mit 10 Kills. Kann man mal machen, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.